So, hallo und herzlich willkommen in Battlefield Paper 3, jawohl. Ja, heute mit Hintergrundgeräuschen, wo ich leider nichts dafür kann. Ich hoffe, man hört es nicht allzu stark. Bei uns im Hausweg hat es renoviert und da tun sich da herumbohren und keine Ahnung, was sie da machen. Ich denke, jetzt kommen sie gleich durch die Wand oben durch und dann, ja, eh schon wissen. Ja, genau. So, gut, wie gesagt, ich hoffe, man hört die Geräusche nicht zu stark. Aber ich habe mir gedacht, ich muss was trotzdem aufnehmen, weil ich sonst nicht täglich hochladen kann und ich möchte euch ja täglich was bitten. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich trotzdem auf, solange es nicht allzu laut ist noch, kann man es ja dabei noch so lassen. Und, ja, ich habe mit die AEK 971 mit Weipenmarkzinnen, Predator Life und dem, what the fuck, hoppala, und dem Ouch Nemesis Schaft. Und wir schauen, was wir da heute so alles erreichen können oder auch nicht. Ja, wie gesagt, im Hintergrund die Borgeräusche, ich habe leider nichts dafür. Ich hoffe, man hört es auf der Aufnahme nicht zu stark. Aber momentan ist es eh gerade noch in Ordnung. Ich hoffe, es wird nicht lauter. Ja, am AEK habe ich mir gedacht. Übrigens, das Yolo-Visier habe ich droben, weil ich trotzdem bei der AEK das Yolo-Visier besser finde als wie die Iron Sights. Kommt mir zumindest zuvor. Ich weiß nicht, ich tue mir da einfach besser. Und deswegen, ouch, genau, ballert mich wieder ab mit deiner geilen 1,94. Das mag ich überhaupt am allermeisten. Und wo auch immer. So. Okay, wir schauen, dass wir da gleich einmal nach vorne kommen. Ey, was ist denn, Alter, kann mich da bitte nicht niederfahren, das wäre echt geil. Jawohl, okay. Ein wunderbarer Anfang da wieder heute. Spielen wieder lauter wahnsinniger mit. Heute kriegst du schon einen Gehörkrampf, da heißt, weil ich die Musik vor so laut aufgedreht habe. Damit ich überhaupt irgendwas von Playboy viel verstehe. Also vorher war es wirklich extrem laut herinnen. Und ich habe, ehrlich gesagt, meine eigene Stimme nicht mehr verstanden, weil es so laut war. Ja, ich bin kein Profi mit der AEK, wie man eh schon aus anderen Spielen vielleicht weiß, also aus anderen Matches vielleicht weiß. Ich kann mich, ups. Ich kann mich da, ich werde mich da jetzt mal kurz schleichen, bevor ich da gleich wieder umgeballert werde. Wie man aus anderen Matches vielleicht schon weiß, bin ich, wie gesagt, der Woffen nicht so der tolle Profi. Autsch. Jawohl, genau. Rache des toten Mannes kann ich jetzt überhaupt am meisten brauchen. Gut, wir schauen jetzt einmal, was wir da weiterbekommen. Ich werde jetzt einfach einmal da rein stürmen und gleich einmal sterben. Genau, das war mein Plan. Ja, ich habe 200 Abonnenten, das haben gestern relativ viele Leute bemerkt. Mittlerweile sind es etwas mehr schon. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr so live dabei seid bei mir und dass ich jetzt schon 200 Abonnenten habe. Es hat leider lange gedauert, aber das ist ja kein Problem eigentlich. Ich habe dann halt oft auch wieder D-Abos gehabt. Relativ viel, muss ich leider zugeben. Keinen Plan warum. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, warum. Leute mich dann wieder D-Abonnenten, keine Ahnung. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr dabei seid. Und mich weiterhin mit den Abos und mit den Likes unterstützt. Das freut mich natürlich extrem viel. Dass euch Hauptsache am meisten die Play for Free Videos gefallen, das freut mich natürlich. Ich möchte noch einmal hinweisen, dass ich natürlich andere Videos auch noch habe. Aber wenn euch die Play for Free Videos am meisten interessieren, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Weil es kann ja schließlich nicht jedem alles gefallen. Das ist natürlich eh verständlich. So genau, da mit der AN-94 wieder. Ja, wie gesagt, mich freut sehr, dass ihr dabei seid da heute wieder. Beim 180. Part von Play for Free jetzt mittlerweile. Also eigentlich sind es ja schon mehr, aber sagen wir so beim 180. Part von den normal kommentierten Gameplays, was ich halt so einfach just for fun manchmal aufnehme. So eben wie jetzt gerade. Sind wir bereits bei 180 Parts. Jetzt hat der Sackbauer da mit seiner blöden AN-94 kaum mich aber sonst wo mal. Das interessiert mich ja weniger. So, ich schauen mal, da hat er etwas noch. Irgendwie lädt es heute wieder etwas. Also ich kann das, was ich da letztens gesagt habe, nicht mehr ganz so. Autsch. Unterstützen, dass das Internet jetzt besser geworden ist. Aber immerhin. Ja. Zum Glück sind die Borgeräusche mittlerweile nicht mehr ganz so arg wie vorher. Also vorher wollte ich aufnehmen und dann auf einmal hat es extrem zum Dings angefangen, dass ich, wie gesagt, meine eigene Stimme nicht mehr gehört habe. Das war natürlich ein Traum zum Aufnehmen, aber jetzt geht es mittlerweile, dass ich zumindest für heute ein Let's Play aufnehmen kann, damit ihr heute etwas zum Sehen habt. Ja, AK gefällt euch hoffentlich. Ich spiele jetzt in letzter Zeit wieder öfters Assault, weil ich mir da einfach leichter zu etwas zu schaffen. Die anderen Klassen sind natürlich etwas gewöhnungsbedürftig für mich zum Spielen. Da ich die halt nicht... So, dass ich halt noch was treffe. Weil ich die halt nicht regelmäßig spiele, jetzt sind die halt etwas schwieriger für mich. Aber, ja. Ich denke mir, in letzter Zeit habe ich eh etwas mehr gespielt. Und jetzt halt wieder doch etwas mehr Assault. So, der Wichs war da hinten, ich treffe ihn nicht ganz. Sagt, warum er sich da versteckt hinter der Wand. So, jetzt stirbe ich endlich, der Wichser. Dankeschön. Gut. Aha, jetzt haben sie uns da den B-Bus natürlich geilerweise auch noch weggenommen. Das taugt mir natürlich am allermeisten. So, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich da jetzt nichts von killen. Deswegen werde ich mich jetzt auch wieder verziehen. So. Ja. Naja, da haben wir natürlich extra Gelder. Aber da wird wahrscheinlich eh keiner mehr oben sein, als wie es ausschaut. Das ist keiner. Keiner mehr oben. So. Okay, gut. Kann man nicht ewig da herumdingsen. Ja, die erste Runde war ganz in Ordnung. Jetzt für das, was ich schon Ewigkeiten nicht mehr mit der ARK gespielt habe, muss ich fast sagen. Also, ich habe wirklich lange nicht mehr gespielt, weil, weiß nicht, ARK ist mir irgendwie vom Recoil oder Resol oder wie man das auch immer nennt, irgendwie so extrem, extrem, extrem. Und das taugt mir halt persönlich nicht so ganz. Jawohl, genau. Jawohl, und ich beim Nachladen. Sehr geil. Okay. Ja, kann man nichts machen. M27, immerhin haben wir einen halbwegs schönen Score erreicht. Weil mit der ARK ist das natürlich eh nicht, besonders schwierig jetzt, so gesehen. Aber trotzdem besser als nichts, würde ich einmal sagen. So, da hinten ist der Wixbo da noch. Kann sich gleich einmal... Ah, verdammt. Okay. Wäre doch zu schön, um wahr zu... zu schön, um wahr zu sein gewesen ist. Ja, irgendwie so. Gut. Dann schauen wir sich die zweite Runde noch an. Zum Glück spielen wir noch einmal Kackern. Ich habe jetzt... Das, ja... Zum Glück habe ich, wollte ich sagen, habe ich heute einmal einen Kackern-Server gefunden. Ausnahmsweise. Also, in letzter Zeit finde ich irgendwie keine guten Server. Ich spiele privat auch öfters so ohne Aufnahme und finde dann im Endeffekt nur Oman, 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 50 Oman-Server und... Und im Endeffekt nichts anderes mehr. Also, Shaki manchmal, aber generell Sturmangriff und voll und nicht Oman ist relativ selten jetzt mittlerweile schon geworden. Finde ich schade irgendwie. Ich weiß nicht, warum Oman so beliebt ist. Ich schätze einmal wegen den Helis und so weiter, aber mir taugt das halt nicht so, muss ich sagen. Ich bin nicht so der Fahrzeugtyp. Ich bin mehr so Kackern-Mashtur und Shaki und sowas in der Richtung. So, da hinten kommt schon das geile Fahrzeug. Das kann ich natürlich jetzt nicht gebrauchen. Jawohl. Schauen wir, dass wir da gleich einmal wegkommen da. Bevor mich der Sackbrunzer da... Jawohl, genau. Nein, ein Traum herrscht. Ach, Gott im Himmel. Okay. M240B, naja. Gut, dann warten wir einmal ab, bis er es mal wieder respawnen. Hätte ich den Sackbauer fast erwischt, das geht mir irgendwie gerade etwas auf den Geist. So, aber immerhin haben sie den und den erledigt. Aha. Naja, dann holen wir sich den Posten wieder, würde ich sagen. Der Rechtmäßiger eigentlich uns gehört. So, irgendwie habe ich es halt nicht ganz am Treffen, kommt mir vor. Ah, da oben ist so ein geiler Sniper pur. Den kann ich natürlich nicht so gebrauchen. So, perfekt. Posten gehört uns, dann können wir da jetzt weiter. Und möchte nicht unbedingt, dass sich der Bruder oben erwischt, wenn es nicht sein muss. So, Single Tapping bei der Eye Cup funktioniert natürlich genauso gut. Und, nachdem der Schaden ja relativ hoch ist, ist das natürlich praktisch für Single Tapping. Jawohl, na genau, sowieso. Pay for Win, oder irgendeine Play for Win, keine Ahnung, was das heißen soll. Irgendwas wird schon sein. Ja. So, da sind wir schon wieder. Okay, nein, das ist mir ehrlich gesagt zu viel Sniper. Schauen wir lieber weiter nach vorne, da. Vielleicht erwische ich ja den Sackbau da oben auf dem Tings, genau. Das ist ein geilen MG3, da heißt der pur, das ist ein Wahnsinn. So. Aha. Panzerviech ist explodiert. So, genau, der Typ da vorne. Der kann sich gleich einmal schleichen, da der... der blöde Sniper-Burda. Autsch, bevor er mich wieder niederballert hat, der Wichser. Schauen wir, dass wir da ein paar Granaten reinschmeißen. Einfach einmal so, just for fun. Vielleicht erwische ich ihn ja zufällig, wenn ich Glück habe. Aber ich sehe ihn. Er läuft da vorne herum. Jawohl, genau. Und dann mit der geilen... Na, wie heißt das Teil, das... Keinem Plan fällt mir jetzt Gott nicht ein. Wurscht. Ihr wisst, was ich meine, das Strom-Claymore genau so heißt. Einbot der Pussy, ja genau. Na, sowieso. So. Aha, was ist eigentlich mit dem C-Posten jetzt los? Sag einmal, warum? Ist der schon wieder da? So. Gut, so weit, so gut. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach einmal da... Sofern da oben, wer ist, genau da ist er, wer oben. Dann werden wir sich jetzt gleich einmal schnappen da. Das mag ich ihm wohl am meisten an das Spiel. Immerhin habe ich ihn erwischt, heilig. Das war ja schon einmal Glück im Unglück, das zu sagen. So. Aber, okay. Naja, gut. Macht ja nichts. Hat die Zeit. Wo sind wir das wieder für ein kleines... Keine Ahnung, was da heute für Typen herumlaufen wohl ist. Das ist ein Wahnsinn. So. Jawohl, genau. Das brauche ich natürlich wieder. Immer diese blöden Hilfskills da. Die gehen mir überhaupt am meisten auf den Sack. So. Okay, wo sind die Typen jetzt alle wieder? Kein Mensch da. Dann werden wir sich für ihn holen. Jawohl, na genau. Sowieso. Mach ich lieber, es sei ein Traum. Okay. Aber immerhin haben wir ein paar Punkte schon erreicht. Das ist ja nicht so schlecht. Naja, so. Wie gesagt, Traumerrunden wird das sicher nicht werden. Was ist da jetzt los? Wer ballert da wie ein Irrer herumherrscht? Aha, da ist eh schon wieder alles. Aufgeräumt. Er legt Gott, irgendwie kommt mir so vor. Jawohl, genau. Das brauche ich. Snippers da, das gefällt mir wieder am allermeisten. Wenn es spießt, kann es sich gleich einmal heimschleichen. So, der Kaisersauce da. So einen coolen AN-94, den den braucht. Genau, sehr geil. So. Nein, danke. Nicht mit mir. Perfekt. Ja, I-Cut taugt mir jetzt gerade im Moment richtig gut. Also jetzt in diesem Spiel zumindest. So. Okay, dann schauen wir. Nein, genau. Verdammt noch einmal heißt. Okay, kann man nichts machen. So, was ist da schon wieder los? Zum Glück sind die Boarbeiten jetzt, so wie es sich anhört, sind die jetzt hinüber. Momentan zumindest. Finde ich sehr positiv. So, das war natürlich nicht gesetzt. Aha. Subcrank, ja, würde ich auch sagen. Dankeschön für die... Dass ich das jetzt nicht sagen brauche unbedingt. So, hallo. Nein, genau, hörst genau auf. Ach Gott, mein Aim ist halt natürlich wieder 1A. Aber naja, was soll's. So. Da sind wir schon wieder bereit. Okay, denn da wische ich jetzt eh nichts auf die Garten da. Wer auch immer das da vorne jetzt war. Ja, so. Mein Score ist natürlich wieder extra geil. Mit 14,7 ist natürlich nichts. Na, jawohl. Na, genau. Jawohl. Na, noch einmal. Genau, bring mich um, hörst du Wichser. 14,7. Na, immerhin, wir sind die Erste. Das ist mir das Allerwichtigste. Das Score muss ja nicht unbedingt passen. Hauptsache, dass der Rang passt so ungefähr. So, was geht da? Schauen wir wieder, hörst du. Du gehst wieder zu mal drei. Ja, genau, jetzt kommt er natürlich wieder daher. Genau, das liebe ich wieder. So. Gott, das will ein Herrste erlegt hast. Das ist ein Wahnsinn. Ich sag's euch, Leute, das ist echt ein Traum. Ah, der gehört zu mir. Soll mir. Na, genau. Sicher, du mit deiner Sniper kannst mich sonst wo hinfahren. Jo, jo. Sehr gut. Okay. So, der Typ, der... Das ist ein wenig ein Trends-Bruder, der mit seinem blöden... Genereistus, wie immer der Typ heißt. Autsch. Der Herr ist ein bisschen extra, geil. Jawohl. Na, genau. Okay. Naja. 1510. Okay, es wird schon langsam peinlich. Dann schauen wir, dass wir vielleicht noch irgendwie was umbringen können. Jawohl. Genau. Recht habt's. Gleich einmal gescheites Bomb-Killen da, das mag ich am allermeisten. So, bringst du den um, bitte. Dankeschön. Irgendwie komme ich mir da kurz auf. Jawohl. Nein. Okay. Jetzt ist es vorbei. I have aim. Ja, genau. So. Ja, die Gegner sind aber auch nicht gerade schlecht, muss ich sagen. Am Anfang war ich zwar besser, aber was sollen wir machen? Ja, genau. Heißt, wenn du meine Kill auch noch weggerächt hast. Ist ja noch geiler. Ja, schauen wir mal, dass wir die Wichsbunde da drüben einmal vielleicht wegbekommen. Alter, ich treffe nichts. Das ist ein Wahnsinn. Das ist schlimm. Ja, und gleich wieder tot. Wunderbar, heißt Nein Traum. Ja, jetzt geht's bergab. Keine Ahnung, warum ich dort ständig abgeschossen werde. Ich verstehe es nicht ganz. Aber jetzt haben sie uns den Seeposten eh weggenommen. Jetzt kann ich zumindest einmal woanders wegstatten. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Ja. Halleluja. Erster Kill seit 50 Jahren. So, lass mich durch, du blöde Mauer da. Für so einen Scheiß habe ich jetzt keine Zeit. Für so einen Scheiß habe ich jetzt keine Zeit, genau. Das ist vor allem. So. Halleluja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt habe ich wenigstens noch ein paar Leute getroffen. Halleluja. Jetzt waren die verschissenen Spawncamper, die was dort vorher die ganze Zeit noch nie waren. Die habe ich ja zum Glück jetzt weg. Aber immerhin, wir haben noch 23. Wir haben noch ein paar Kills gelandet. Halleluja. So, die Runden ist zum Glück jetzt vorbei. Bei Gottes Willen heißt es, da ist ja die ganze Malta, da heißt es ein Wahnsinn. Heißt, schmeißen wir da ein paar Granaten nach vorn da. Aha, wer ballert da wieder von hinten oder was? Nein. So. Jawohl, genau. Springen wir ins Gesicht rein. Recht hast. Ich stehe drauf. Jawohl. Sowieso. Mensch, bist du. Aber immerhin haben wir den einen Sack da unten gebraucht. So. Naja. Okay. Gut. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. War natürlich jetzt nicht so die tolle Runde, aber was soll man machen? Besser als nichts und hoffentlich sehen wir sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.